Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der Bildungscampus. Den Wandelheilbrons von der Industrie zur Wissensstadt kannst du nirgendwo eindrücklicher erleben als auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Er wurde 2011 eröffnet und bietet ein großes Bildungs- und Weiterbildungsangebot für Menschen jeden Alters und in einem modernen Umfeld. Mit Aula, Bibliothek, unterirdischer Mensa und dem Campusgarden gibt es viele Orte der Begegnung. Neben der Hochschule Heilbronn und der dualen Hochschule Baden-Württemberg haben sich auch Elite-Unis wie die Technische Universität München angesiedelt. So wurde Heilbronn zur Universitätsstadt.